Ihr habt langsam genug davon, immer nur im Schuhzimmer zu sitzen. Ihr würdet eigentlich viel lieber etwas mit Medien machen. Hast du Lust, auf einer Online-Redaktion mal so richtig mit anzupacken? Wenn ihr mal sehen möchtet, wie man Radio macht... ...wir mal im Newsroom mitschaffen und schauen, wie die Tagesschau schweizaktuell oder cfz entstellt, dann sind wir bei YouNews genau richtig. Verwerbet euch jetzt für das YouNews-Projekt. So kommt ihr für einen Blick ans Lauberhorn und dort ganz nahe an die Stars. Ihr könnt eine ganze Woche lang die Schweizer Medienlandschaft mitgestalten. Moderieren bei Radio24 oder Radio Orgovia. Mitgestalten beim Tagi oder der NZZ. Wenn ihr sagt, das ist etwas für uns, dann meldet euch jetzt. Mitmachen könnt Jugendliche und Klassen ab 13 Uhr. Alle Informationen und Bewerbungen gibt es online auf YouNews.ch.